was das ist jetzt fies was warum sind die in alarmbereitschaft was was ist denn ich habe nur 76 leben und ich soll jetzt noch einen vernichten oder was wie soll das denn gehen ich habe nur ein booster und drei bomben das ist alles jetzt soll ich doch diesen lord mayo killen das ist aber heftig jetzt ich hätte mehr heilträge mitnehmen sollen glaube ich ja dieser typ der dreht sich nicht rum warum auch immer ja jetzt 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 nein scheiße warum 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 dann kill ihn halt so ey jetzt nicht lehnt noch leben wegnehmen lassen von irgendeinem gegner nein ich brauche mein leben noch 44 leben noch scheiße man da ist direkt noch einer irgendwo hier nicht okay da ist nix dann hier da ok ist das ein abgrund oder was ist hier so ein feuerspucker ne das ist kein abgrund da ist noch einer ich trau mich nicht ich trau mich nicht dahin was macht der dann geht der oder was macht der das ist übertrieben schwer zwei stück ja natürlich natürlich haut doch ab mensch wo wie soll ich das machen hier das ist zu heftig das ist zu das ist zu schwer das ist zu schwer sorry ich glaube ich komme langsam an meinen teng shu prinzen so jetzt haut er wieder da hinten hin ab und da hast du da ist der tod okay alles klar so ahja hier nicht reingehen weil dann stirbt man direkt krass wow lava okay das ist aber noch ein typ aber hier hinten war auch noch einer so ich brauche heiltränke ich brauche unbedingt heiltränke so da ist der da ist der vielleicht beschützt der ja einen so was hast du hier beschützt mein freund äh was ist was ist das was ist das gar nichts okay naja oh man aber die musik hier erinnert mich irgendwie ein bisschen an crash bandicoot so was haben wir hier noch hier sind so viele wege das ist halt das ne so hier ist ein typ da ist ein bogenschütze so wenn ich da reingehe bin ich tot genau das haben die ja gesagt ne das heißt nicht berühren ne aber warum ist hier lava das verstehe ich nicht ich probier's komm probier's dreh dich nicht rum nein oh gott sei dank gott sei dank okay so was ist es hier überall diese diese komischen hier ist nichts okay ah jetzt bin ich hier okay moment ist hier nicht irgendwo ein heiltrank wer ist hier wieder oh wer ist hier wieder hier ist wieder irgendein typ irgendwo boah alter das heft ah da nein okay komm und ja gott sei dank okay der ist weg ah wohin ist noch einer oder was ja hier irgendwo aber äh keine ahnung vielleicht hier jetzt muss ich hier lang war nee oh mein gott oh was ist dies denn hier ist doch so ein spaß die nein den habe ich nicht gesehen wie soll ich denn auch um die ecke aufgucken scheiße man so gegner da da ist er so wo ist dieser scheiß feuerspuker nein wo ist der wo ist der da hinten okay alles klar da sind ja zwei stück oi 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 also heute der part hat überlänge definitiv aber ich werde wahrscheinlich wieder zwei mal draus machen ach ach mensch komm schon schneller dreh dich rum ey was ist das für ein shit oooohh komm schon nein so jetzt oder wir haben mir raten jetzt dreht sich der bogenschütze rum ja natürlich dreht sich der bogenschütze rum beziehungsweise der andere nee dann da ist noch einer ah jetzt habe ich keine chance mehr jetzt habe ich keine chance mehr nee jetzt muss ich irgendwo laden jetzt muss ich tut mir leid aber psst wie soll ich das machen mit neun leben dem boss nee vergiss es und jetzt hast du hier den so dann haben wir hier noch einen oooohh man nee so da ist jetzt der nächste typ gleich ne genau da kommt der so dann dann dreh dich rum genau so dann bist du jetzt auch weg so okay nochmal nochmal von vorne nochmal von vorne ach was ist denn das hier das ist so voll krass oh mein Gott so hier ist die stelle hier ist diese scheiß stelle wo dieser schwert typ ist und dann dahinten ist noch irgendwo ein feuerspeier ey sehr riskant boah ja ich trau mich halt nee 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 der dreht sich wieder rum jetzt muss ich warten bis der hier hinkommt oooohh ja was ist das denn da ach du scheiße totenköpfe ok so dann warte ich jetzt wieder oooohh hau ab so so er kommt ja hier hin ne ha so jetzt und zack oooohh also sehr schwer da ist jetzt dieser feuerspucker drin ich wollte gar nicht so weit so da ist der feuerspucker ach hier muss man extrem aufpassen sieht aus wie irgendein alien der Typ naja kannst du dich bitte beruhigen ich will langsam mal fertig werden mit dem Part naja egal schauen wir mal so oooohh dreht sich doch bitte ne der dreht sich nicht nein hör auf was machst du denn was machst du oh Gott ne ich schaff's nicht keine ahnung was ich da jetzt machen soll wenn er sich nicht rumdreht irgendwie der dreht sich nicht rum keine ahnung jetzt nein ah jetzt hab ich nur die ah da ist noch einer da ist noch einer oh zwei Stück okay ja mach du deine Faxen ich kill dich jetzt ja so alles klar so dann ist hier ja der nächste ne so halt dich bitte da genau da ist er so dann beruhigt dann beruhigt der sich jetzt mal bitte bitte beruhige dich und dreh dich mal rum ich hab's aber bald geschafft ich hab's bald geschafft so jetzt oder ja okay gut äh was haben wir hier noch was haben wir hier noch was betet der an gar nix okay er betet die wand an na gut na dann so was haben wir hier noch ah hier ist nur ein Durchgang okay oder was ist das hier ist hier nur ein Durchgang ah ja hier ist nur ein Durchgang okay gut na dann äh wo muss ich denn jetzt hin überhaupt hä hallo hä oben ne ah das ist so voll klaustrophobisch hier wo muss ich hin wo muss ich überhaupt hin jetzt Moment mal Moment mal ach ah Moment wie komm ich da rein so ich muss die Karte bisschen lesen ja tut mir leid wenn ich grad ein bisschen ruhiger bin aber ich muss mich irgendwie konzentrieren hier so hier ist irgendwo ah okay alles klar boah das ist hier nur so ein Feuer Ding so ein Lava Ding okay wahrscheinlich kommt der jetzt hier um die Ecke gleich wa ja ja tatsächlich 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 kommt der durch um die Ecke okay so und ja geschafft okay sehr schön so dann hier sind wieder zwei Wege ah hier ist nur ne okay da will ich nicht unbedingt rein ich will kein ich will kein Rikimaro Rösti werden hier so ah scheiße oh okay nichts passiert nichts passiert nichts passiert nein nichts passiert der muss sich nur noch einmal richtig rumdrehen dann ist er auch fällig aber aber er dreht sich halt nicht richtig ne das ist halt die Sache oh ich bin grad voll im Tunnel irgendwie voll im Tunnel Modus ich will einfach nur dieses Level schaffen jetzt und der Typ dreht sich nicht nein hier ist nichts dreh dich doch mal rum Mann aber wenn er so steht ja sehr schön wenn er nämlich so steht dann kriege ich den nicht ah Seitenkill geil okay zack so ah wie soll ich das machen wie soll ich das machen wenn ich meine Killpose mach wie soll ich die abbrechen das geht nicht man kann die nicht abbrechen die Killpose scheiße Mann fall mal bitte in die Lava hä was 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 geht hier ab was geht hier ab hallo es ist tot alles klar die ist wahrscheinlich in die Lava gefallen ja so blöd muss man auch erstmal sein so dann oh ist das krass krasses Level also da war Tenchu 2 doch ein bisschen anders also da war Tenchu 2 sehr anders also ja das hier sieht ja aus so lange ein bisschen so wie Crash Bandicoot oder so okay und wenn er sich rum dreht ist der fällig so dreh dich bitte ich bitte dich doch darum sehr schön oh fuck was was ah ne ah ich sterbe oder was 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 Moment mal nein nein oh ich hab mich doch irgendwie gerät aber Moment mal nee 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 das musste ich jetzt laden es tut mir leid aber ich brauch mein Leben ich bin ja eh wieder da ne muss halt jetzt nur noch mal warten bis der Typ sich da rumdreht oder vielleicht kann ich ja von der Seite mich irgendwie anschleichen Hallo nein das geht hier nicht von der Seite anschleichen ich verstehe das nicht das geht hier nicht von der Seite anschleichen schade eigentlich da muss man echt länger warten das ist doch ein äh äh ist das ein schweres Level auf jeden Fall so jetzt ist doch das letzte ne kein Wunder so diesmal 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 nicht so da ist ein Bogenschütze und der dreht sich jetzt bestimmt rum ne okay so alles klar das war schon mal besser dann ist da hinten noch einer genau ja ah der will mich nämlich auch wieder verarschen da hinten das reicht nicht der muss sich noch mehr rumdrehen oh man so da ich seh dich im Winkel so ja ja ist mir jetzt nein ich bin schon wieder runter gefallen ich bin schon wieder runter gefallen hol dir direkt den hol dir direkt das geh hoch geh hoch nein ich will dich schon wieder laden ich brauch halt das Leben das ist das halt ne ah jetzt bin ich schon wieder hier Hä was ist denn das was ist denn das was ist denn das Alter ich komm hier nicht weiter was ist das für ein schwieriges Level das kann doch nicht angehen erstmal ehrlich ich hab so Schiss alter so jetzt speicher ich mal hier so ich muss doch irgendwie diese Bogenschütze da hinten kriegen jetzt mal ehrlich nein hier ist niemand wie soll ich den kriegen wenn er sich nicht rumdreht jetzt hat er sich ein bisschen rumgedreht aber auch nicht genug aber auch nicht genug wie soll ich das machen wie soll ich das machen ey boah ne wie soll ich das machen wenn er sich nicht rumdreht da muss man ein bisschen Geduld haben ja ok dann und bei euch so alles gut bei euch so jetzt jetzt so und wieso wie soll ich den denn unentdeckt killen da ist noch nicht mal ein Abgrund da ist noch nicht mal ein Abgrund was ok ich dachte da wäre jetzt ein Abgrund wo ich den schön reinschmeißen könnte aber nö ist nicht ich guck mal was da hinten noch ist ne vielleicht ist da ein Item oder so ne da ist gar nichts ok ne dann geh hier raus so das ist aber für mich finde ich irgendwie ja ich weiß auch nicht die Story fand ich im zweiten Teil ehrlich gesagt besser ja jetzt ist hier irgendwie ist keine Ahnung es ist zwar auch ein Ninja aber es ist irgendwie nicht so ich weiß auch nicht nicht so Intrigen und ich geh jetzt runter ist mir scheißegal ob der mich sieht wo ist der überhaupt da ok es war mir echt scheißegal ob der mich sieht ja speichert das bitte so ein Heiltrank oh Gott der kommt echt wie gerufen der kommt echt wie gerufen so Lord Mio was ist das hier für ne für ne Falle hier ey so so Finale oh Prinzessin so ah wir sollen also hier rein das ist ein Abgrund nee das ist hä oder oh ok ok oh you killed Onikage was ist das Ding oh tell me where princess Kiku is ok h das Schicksal was ist das denn am was ist das für ein Typ amazon wenn wir jetzt hier bei Apoutu an dot grenzen oder was Boah! Moment mal! Ey, 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 ey! Stopp! Heil dich! Oh Gott! So, sprechst du die Granate dahin? Ah, shit! Komm schon! Ja, okay, es hat wiege... 220 Hitpoints! Ah, zack, 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 Junge! Ey, was? Ja, wie soll ich diesen Scheiß blitzen? Wie soll ich den... Oh! Ausweichen, ja? Ich kann diesen Blitzen nicht ausweichen. Ah, und weg hier! Oh, okay! Und... Oh, zack! Okay, und... Weg hier! Ja, genau. Ich brauch den Booster, ey. Ich brauch den Booster, so. Und... Und zack! So, hau ab! Mit deinen Scheiß-Tricks hier. Mach schneller, der Booster ist... gleich weg! Zack! Nein! Zack, zack, zack! Nein! Hau ab! Oh, scheiße! Oh! Scheiße, Mann! Boah! Junge, Junge! Oh, zack! Oh, so eine Bombe, so. Und die Bombe? Ich weiß halt nicht, ne? So. Steh auf, dann kriegst du noch eine Bombe in die Fresse. So. Da hast du. So, noch 46. Alles klar. So. So, ja. Und zack! Noch einmal. Dann hab ich dich endlich geschafft, ey. Boah. Er sieht so aus wie bei Acuji the Heartless hier, ey. Ja. Irgendwie auch so viel Lava und so. Nein! Oh Gott! Hau ab! Ha! Kill ihn! Kill ihn! Yes! Ja! Geschafft! Ja, Mann! Yes! Oh, sehr schön. Sehr schön. Okay. Okay. Nein! Doch! Cutscene. Das kann ich nicht sein. Ich bin ein Mensch. Okay. All of Lord Goda's enemies die by this blade. Hikimaru! Ah! Okay. Prinzess Kiku! You're safe! Ayame saved me! But I was scared! Nikimaru, it's dangerous here. We'd better get out. Hm. Okay. Hm. This looks bad. Ayame. Come on! What? We're trapped! Was? Ayame! Hurry! Take my sword and go! Was? Kiku, kommand! Was? Kiku! Mama! Kiku! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nicht deren Ernst! Und ja, genau, im Anschluss jetzt werde ich Ayame-Story spielen, allerdings muss ich das hier jetzt erstmal zusammenschneiden und gucken, wie das mit dem Sound so passt. Und ja, genau, Tenchi Tenchu 1 ist ja aus 1999, glaube ich, von Aqua, ja, da steht es ja auch. Aber ich finde es doch, ja, für die Zeit doch ein sehr gutes Game. Und ja, genau, dann hören wir noch ein bisschen die Musik hier, weil das Spiel ist ja noch nicht vorbei, ne? Es geht ja weiter noch mit Ayame und das wird, nach Ayame wird dann quasi das Schlussfazit folgen. Und ja, genau, deshalb lasse ich euch jetzt mal ein bisschen mit dem Abspann alleine. Bis zum nächsten Mal. Schöne Musik auf jeden Fall. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr geil. Weiter geht's. Krass, das ist ein sehr langes Ending. Mrs. X. Wer ist denn Mrs. X? Special thanks. Kobayashi. Da kenn ich schon ein paar Sportler, die heißen so. Naja. Was haben wir da noch? Tetsura? Ne, kenn ich keinen. Ito. Doch, Ito kenn ich auch einen. Wer Skispringen guckt, weiß wen ich meine. Ich guck nämlich sehr gerne Skispringen weshalb. Und da sind die Japaner auch immer sehr gut dabei. Aber ja. Ja. Dann. Würde ich sagen. Begeben wir uns jetzt in Hälfte 2 des Spiels. Genau. Und mit diesen Tönen. Trotzdem Großmeister. Wie geil ist das denn? Ich wurde voll auf den Deck 15 Mal. Aber ich... Aber ich hab genug... Aber ich hab äh... Genug Leute gekillt dafür. Yes, Mann. Okay, sehr gut. Kann ich mich so nochmal verabschieden. Ja, bitte überschreibt das. Haha. So. Ach genau. Dann würde ich sagen... Äh... Jetzt sollte eigentlich das Hauptmenü kommen. Ja. Ja. Dann. Würde ich sagen. Äh. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Hier. Mit Ayame. Alles klar. Gut. Dann mach ich mal hier einen Schnitt. Und wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.